Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Sehen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Sieht, sah, hat gesehen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich sehe. Du siehst. Er sieht. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sah. Du sahst. Er sah. Wir sahen. Ihr sah. Sie sahen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gesehen. Du hast gesehen. Er hat gesehen. Wir haben gesehen. Ihr habt gesehen. Sie haben gesehen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sehe. Ich sehe. Du sehst. Er sehe. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sehe. Ich sehe. Du sehst. Er sehe. Wir sehen. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. Den Schluss macht der Imperativ. Siehe du. Sehen wir. Seht ihr. Sehen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb sehen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Team von Netzwerb. Wir sehen.